Moin, Benjamin Bode hier, dein WordPress-Experte. Wer kennt das nicht? Man hat eine WordPress-Webseite, lädt regelmäßig Inhalte hoch, fügt Bilder hinzu und nach nicht allzu langer Zeit findet man in der Mediathek die Bilder, die man einmal hochgeladen hat, nicht mehr wieder. Das liegt zum Teil daran, dass WordPress standardmäßig keine Ordner und Unterordner in der Mediathek unterstützt. Das heißt, man kann die Bilder nicht einsortieren und das ist relativ ärgerlich, gerade wenn man eine wachsende Seite hat und später eben halt ältere Inhalte sucht. Und ich persönlich habe da lange nach einer Lösung gesucht, habe mehrere Plugins ausprobiert, auch Pro-Version von Plugins ausprobiert, aber ich war nie ganz zufrieden in der Vergangenheit. Und jetzt endlich habe ich eine Lösung gefunden, die ich auch dir vorstellen möchte, mit der du dann eben halt deine Mediathek in Ordner und Unterordner sortieren kannst beziehungsweise die Bilder in deiner Mediathek sortieren kannst, damit du diese auch später schnell und einfach wieder findest. Also, ich möchte dir das vorstellen. Bleib dran, bleib gespannt. Bis gleich! So, hier haben wir nun eine WordPress-Webseite. Ich habe einfach mal ein Starter-Template importiert für eine Testseite. Wir sehen hier, es gibt mehrere Unterseiten und alle Unterseiten haben Bilder. Das ist ein Bild, das ein Bild, mehrere Bilder eben halt. Wenn wir einmal ins Dashboard gucken, dann sehen wir hier in der linken Spalte unsere Medien beziehungsweise die Mediathek. Ich wähle die einmal aus und wir sehen sofort die ganzen Bilder, die hier mit dem Template auf der Seite sind. Wenn man jetzt eine eigene Webseite hat, die historisch wächst, hat man höchstwahrscheinlich sogar noch mehr Bilder, als die, die wir hier auf der Testseite sehen. So, wir sehen aber auch, standardmäßig gibt es keine Unterordner, in die ich die Bilder einordnen kann. Es wäre ja total klasse, gäbe es einen Ordner extra für Icons oder für Logos, für Mitarbeiter etc., damit ich später die Sachen viel schneller selektieren und viel schneller finden kann. Gibt es nicht, ist sehr ärgerlich. Wenn man mehr Bilder hat, braucht man eben halt richtig lange, um eben halt Bilder, die man vorher mal hochgeladen hat, wiederzufinden oder eben halt umzubinden oder eben halt irgendwo anders wieder einzubinden. So, wie sieht jetzt die Lösung aus? Die Lösung, die ich propagiere, ist Happy Files. Happy Files ist ein WordPress-Plugin. Wir können es allerdings nicht im WordPress-Repository installieren. Also, der Standardweg, wie wir WordPress-Plugins installieren, funktioniert in dem Fall nicht. Sondern wir müssen das Plugin zuvor von der Webseite von Happy Files einmal runterladen. Also, der Link zu Happy Files ist happyfiles.io. So sieht die Seite aus. Und wir können hier Download Now klicken. Und wir sehen jetzt, es gibt einmal Happy Files Lite. Mit Happy Files Lite können wir 10 Medienordner erstellen. Das ist mehr als bei anderen Plugins in der kostenfreien Version. Und wenn wir sagen, Mensch, 10 Medienordner rechen uns nicht aus, dann können wir die Pro-Version erwerben. Und das Schöne hier dran ist, es ist eine Einmalzahlung. Und ich kann danach das Plugin auf beliebig vielen Webseiten einsetzen. Und ich kann mit der Pro-Version auch beliebig viele Ordner und Unterordner erstellen. Ich persönlich habe mir die Pro-Version gegönnt und bin damit mehr als zufrieden und nutze sie mittlerweile auf allen meinen Webseiten. In diesem Fall, wir nehmen einmal die freie Variante. Ich habe die im Vorfeld schon mal runtergeladen. Nachdem du Happy Files for free runtergeladen hast, können wir wieder wechseln ins Dashboard von WordPress. Ich klicke einmal auf Plugins, auf Installieren und nun auf Plugin hochladen. Und jetzt kann ich eben halt das Plugin von meiner Festplatte auswählen, hier hochladen und eben halt über diesen Weg installieren. Ich installiere einmal Happy Files. Ich aktiviere das Plugin. Und nun habe ich das Plugin Happy Files installiert und aktiviert. Ich klicke einmal auf die Settings. Und hier hat man jetzt eben halt verschiedenste Einstellungen. In der Pro-Version sind es noch einige mehr. Und wir können jetzt praktisch sagen, wer hier auf die Happy Files eben halt zugreifen kann und wo man Happy Files alles verwenden kann. Zudem gibt es eine Import-Funktion. Wir können eben halt, wenn wir wollen, auch von anderen Plugins, die praktisch Medienordner erlauben, die Daten importieren und direkt übernehmen in Happy Files. Wenn wir jetzt einmal die Mediathek auswählen, indem ich hier auf Medien klicke, dann sehen wir hier die Bilder von uns. In der Mediathek sind die gleichen wie vorher. Logisch, wie sollte es auch anders sein? Aber ich habe hier noch eine linke Spalte. Und wir sehen hier All Files. Das sind praktisch alle meine 87 Bilder. Und Uncategorized ist eben halt wieder meine 87 Bilder, weil ich ja noch keine Unterordner erstellt habe, noch keine Kategorien erstellt habe. Und jetzt könnte ich praktisch einen ersten Ordner erstellen, zum Beispiel für die Mitarbeiter. Ich klicke hier auf Create. Ich nenne den Ordner Mitarbeiter. Ich sage hier einmal Create. Und schon habe ich den Ordner Mitarbeiter. Wenn ich jetzt in den Ordner Mitarbeiter Bilder hineinziehen möchte, sage ich hier, welches Bild ich haben möchte in diesem Ordner. Beispiel diese Dame. Ich halte die Maustaste gedrückt, ziehe das Bild hier in Mitarbeiter rein und schon sehen wir, dass in Uncategorized nur noch 86 Bilder sind. Vorher waren es 87. Und in Mitarbeiter ein Bild drin liegt. Wenn ich jetzt auf Mitarbeiter klicke, dann wird mir genau dieses eine Bild, was ich in diesem Ordner gezogen habe, angezeigt. Ich gehe wieder auf die unkategorisierten Bilder und dieses Mal möchte ich ganz gerne mehrere Bilder auf einmal selektieren. Das kann ich tun, indem ich hier einmal nach unten scrolle, auf Mehrfachauswahl klicke. Und jetzt könnte ich sagen, okay, diese drei, diese drei, die nehmen wir auch noch mit. So, und die ziehe ich jetzt hier mal in Mitarbeiter rein. Und wir sehen, schwuppdiwupp, im Mitarbeiter sind jetzt zwölf Bilder drin. Wenn ich auf Mitarbeiter klicke, sehe ich diese zwölf Bilder, die ich hier eben halt in diesen Ordner verschoben habe. Jetzt möchte ich beim Mitarbeiter noch einen Unterordner haben und zwar Azubis. Das heißt, ich kann hier auf Mitarbeiter einen Rechtsklick machen und kann sagen, create category. Man könnte jetzt sagen, Azubis. Und ich lege den Unterordner an Azubis. Wir sehen das auch hier. Der Unterordner Azubis ist eingerückt. Hier liegen noch keine Sachen eben halt drin. Ich gehe einmal auf die unkategorisierten Bilder. Und jetzt sage ich, diese Dame und diese Dame, das sind wohl beides Azubis. Ich sage wieder Mehrfachauswahl, damit ich mehrere Bilder selektieren kann. Eins, zwei, die ist auch ein Azubi, sie auch. So, und jetzt kann ich die hier einfach mal rüberziehen in Azubis. Und wir sehen sofort, wir haben den Ordner Mitarbeiter mit den zwölf Leuten drin und die vier Leute im Unterordner Azubis noch drin. Und so kann ich eben halt diverse Ordner erstellen. Und wie gesagt, in der kostenfreien Variante haben wir jetzt die Möglichkeit, zehn Ordner zu erstellen. Das ist auf den meisten Webseiten, die ich so kenne, mehr als ausreichend. So, wie kann man jetzt, wenn man hier mehrere Unterordner erstellt hat, die ganzen Bilder kategorisiert hat, die ganze Mediathek aufgeräumt hat, wie kann man jetzt auf diese Bilder zugreifen, wenn man eine einzelne Seite bearbeitet? Das möchte ich einmal kurz zeigen. Ich gehe in mein Dashboard. Ich öffne eine Seite. Ich nehme jetzt beispielsweise mal hier die About-Seite. Ich gehe rein, dass ich diese Seite bearbeiten kann. Die ganze Seite hier bearbeite ich gerade mit Gutenberg. Genauso verhält es sich aber, wenn man Elementor oder irgendeinen anderen Page-Bilder verwendet. Wir sehen, wir haben hier ein Bild. Wir haben hier mehrere Bilder. Wir haben hier Bilder. Ich klicke jetzt mal auf ein Bild und sage, dieses Bild, das soll ausgetauscht werden gegen irgendein anderes Bild. Dann kann ich jetzt hier sagen Mediathek. Und wir sehen sofort hier unsere Ordner. Das heißt, wenn ich hier meine ganzen Ordner erstellt habe, könnte ich jetzt einwandfrei auf die einzelnen Ordner, die ich zuvor benannt habe, zugreifen. Und könnte jetzt sagen, Mensch, ich möchte ganz gerne dieses Bild verwenden. Und schwuppdiwupp habe ich das Bild einmal ausgetauscht. Genauso hier bei dem Bild. Ich könnte jetzt sagen, ersetzen, Mediathek öffnen. Und ich kann sofort meine Mediathek sehen. Hier haben wir die Azubis. Ich packe diese Azubine mal rein. Und zack, habe ich das Bild ausgetauscht. Und wir sehen sofort, dass die Media-Files oder Happy-Files mit den Unterordnern sehr, sehr mächtig ist. Weil ich kann ja so, wenn ich alles kategorisiert habe, viel schneller meine Bilder wiederfinden und die dann eben halt auf den entsprechenden Seiten oder aber auch auf den Blog-Beiträgen einbinden, ohne dass ich ewig lange suchen muss. Zu guter Letzt noch zwei, drei Worte zu Happy-Files im Vergleich zu den anderen Lösungen, die ich bislang getestet hatte. Also, Happy-Files ist mit Abstand das beste Plug-In für den Bereich, um die Mediathek in WordPress zu strukturieren. Ich hatte zuvor Filebird eine ganze Zeit lang genutzt, aber ich hatte auch andere Plug-Ins getestet. Filebird hatte ich auch die Pro-Variante etc. Und das Problem an Filebird war, immer wenn ich hier ein Bild austauschen wollte, ich habe die Mediathek geöffnet, dann hat Filebird eine Ewigkeit geladen, bis mir die Bilder angezeigt wurden. Also, gefühlt zwei bis drei Minuten, was mich ziemlich hart geärgert hatte. Und zwar war das immer am Anfang nicht der Fall, aber je größer meine Webseite wurde, je mehr Bilder ich hatte, desto länger war eben halt der Ladeprozess, den andere Plug-Ins, beispielsweise eben halt Filebird, an Zeit verschlungen haben, um mir die Bilder anzuzeigen. Das ist dann natürlich kein schöner Workflow. Dieses Problem hatte ich bislang mit Happy-Files nicht. Nicht! Happy-Files hat bislang immer schnell geladen und das ist für mich einer der größten Pluspunkte, die Happy-Files eben halt mitbringt. Du hast ja gesehen, wie leicht sich Ordner und Unterordner mit Happy-Files in der WordPress-Mediathek erstellen lassen. Das ist mega praktisch. Durch die Ordnerstrukturen kann man Bilder sehr viel schneller und leichter wiederfinden. Ich persönlich nutze Happy-Files mittlerweile auf all meinen Webseiten und ich möchte es auch nicht mehr missen. Wie ich eingangs schon erwähnte, ich habe viele Plug-Ins bislang getestet in diesem Bereich, aber Happy-Files überzeugt mich persönlich dadurch, dass man in der kostenfreien Variante 10 Unterordner anlegen kann. Das ist eine Lifetime-Version, also dass die Pro-Version eine Lifetime-Version ist und man sie auf beliebig vielen Webseiten einsetzen kann und beliebig viele Ordner erstellen kann. Und einer der größten Pluspunkte, das ist die Geschwindigkeit, mit der Happy-Files Daten verarbeitet. Das heißt, bei anderen WordPress-Plug-Ins in diesem Bereich musste ich immer warten, gefühlt minutenlang warten, bis die Bilder in der Mediathek angezeigt wurden in den Unterordnern. Bei Happy-Files geht das rasend schnell und ich bin damit sehr zufrieden. An der Stelle würde mich natürlich interessieren, welche Erfahrungen du in diesem Bereich gesammelt hast. Vielleicht kennst du ja ein anderes Plug-In, was mindestens genauso gut ist wie Happy-Files. Vielleicht hast du Happy-Files auch noch nicht gekannt und dann ist meine Empfehlung, dass du es einfach mal austestest. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn es für dich hilfreich war, dann würde ich mich über einen Like sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.